So, keine Ahnung was da ist jetzt zwar? Irgendwie hatte ich kurz einen Verbindungsabbruch Könnte bohren Fischgelegen, oh man So, jetzt muss ich mich umschicken So, jetzt muss ich mich umschicken Ach, nicht so blöd Ich glaube, muss ich dieses Ding schon machen Das ist schon ein Scheißdreck Das war's. Oder ist hier schon wieder ein Leck im Leben? Oder ist hier 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 ein Leck im Leben? Autschen. Hoppala! Outschen. Autschen. Ich würde mal sagen, hier muss ich irgendwas verbauen. So, ich muss wahrscheinlich einen anderen Spezialisten. Was ist für ein Wiesen hier? So. So. Das alles ist... Ich muss gucken, was passiert hat. Weil nicht jeder alles hat. Mehr ist jetzt wieder runtergekracht. So ein Scheißdreck. Jetzt zieht mir die Kante zu dem Film ab. Wird ein Zeugel, das ist ein Zeugel. Ah. Was war der Karte. Hm... Muss ich den eventuell überhaupt baumeln lassen, dass ich mich da rausschwingen kann? Soll ich mich da rauskriegen? Was ist das? Was ist das? Da wird es schon... So... 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 So, He says... Es ist das so gut. Das ist einfach so eine Art. Es ist einfach so ein bisschen. Ich muss irgendjemanden mit einem anderen Klappenmassen darüber kregen. Ich hab's bloß noch nicht rausgekriegt wie. Das Hauptproblem ist... ...dass der Knutsch beim Treffer loslässt. Was ist das? Na, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Komm ich! Einer von diesen Knutsch ist da... Oh... Ach du Scheiße... Das ist wahrscheinlich wieder so einfach. Ich bin nur wieder zu doof dazu. Ich muss mich... Ah gut... Entschuldigung. Entschuldigung. Abwechern Sie! Oh, nein. Gut... ... Was ist das? So, wie soll ich diesen Mächtes wegkriegen? Ah, jetzt endlich! Das ist aber echt fies gemacht, muss ich sagen Das ist aber echt fies gemacht, muss ich sagen So, wie soll ich den Mächtes wegkriegen? Endlich! Damals sagte ich mir, diesem einen So, wie soll ich den Mächtes wegkriegen? So, wie soll ich den Mächtes wegkriegen? So, wie soll ich den Mächtes wegkriegen?